Und damit hallo und herzlich willkommen zu rbb aktuell. Tja, fragen Sie mal Berliner Schüler nach dem Zustand ihrer Schulen. Schultoilette geht gar nicht, Wände beschmiert, Strom kaputt, Tische und Stühle wackelig. Berliner Schulgebäude verfallen. Problem benannt, Problem erkannt. Schon längst, nur wie viel würde es kosten, die Schulen zu sanieren? Das wusste bislang keiner so recht. Bis jetzt. Die Bezirke haben nämlich den Sanierungsbedarf beziffert. Rausgekommen ist eine stolze Summe. 5 Milliarden Euro. Tja, was die Kreisgebietsreform in Brandenburg angeht, da ist nach langer Zeit, nach heftigen Debatten, tatsächlich was passiert. Die erste Hürde ist genommen. Der Innenausschuss hat die Reform abgenickt. Aus 14 mach 9. Das ist ja die umstrittene Idee der rot-roten Regierung. Landkreise sollen reduziert, alles soll verschlankt werden. Der Zoff um die Kreisreform, der geht aber trotzdem weiter. Wie schon seit einem Jahr. Wie kann das sein? Die Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern des Hauses in der Riga Straße 94 in Berlin-Friedrichshain und der Polizei? Sie sind bekannt. Wir haben oft berichtet. Jetzt sind auf einer rechtsextremen Internetseite Daten aufgetaucht über Bewohner, Mieter und Gäste des sogenannten Problemhauses. Und nun wird es heikel. Die Daten, sie könnten ausgerechnet von der Polizei stammen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass im Sommer die Arbeitslosenzahlen sinken. Das erleben wir jedes Jahr. Die aktuellen Zahlen für Juni hingegen, die sind in Brandenburg und Berlin seit der Wiedervereinigung einmalig niedrig. Die Arbeitslosigkeit in Berlin bleibt sogar unter der 10-Prozent-Marke. Und auch in Brandenburg erreicht die Arbeitslosigkeit einen, man kann schon sagen, historischen Tiefstand. 7,7 Prozent. Gute Zahlen. Beeindruckend. Aber stimmen die auch? Oder sind die schön gerechnet? Beim Telefon- und Internetanbieter Vodafone gab es seit 17.30 Uhr in weiten Teilen Deutschlands eine Festnetzstörung. Bis zu 1,8 Millionen Kunden konnten seitdem nicht telefonieren und auch nicht im Internet surfen. Fernsehen ist wohl nicht betroffen. Ursache ist laut Vodafone eine Störung im Rechnerverbund in Berlin und Frankfurt am Main. Die Techniker würden an dem Problem arbeiten. Wir machen weiter mit überregionalen Nachrichten kompakt. Ein Haus, das mitdenkt. Was wollen wir mehr? Die Heizung schon anstellen, wenn wir noch im Urlaub sind. Musik und Licht funktionieren sowieso automatisch. Und Einbrechern können wir aus der Ferne beim Heranpirschen zuschauen und sofort die Polizei rufen. Egal, ob wir gerade im Restaurant um die Ecke sitzen oder in New York. Das alles kann das Smart Home. Oder kannst du das wirklich? Gerade beim Faktor Sicherheit herrschen bei vielen nämlich Zweifel. Ein Professor von der TU Berlin, der lebt in so einem Smart Home. Und der zumindest ist überzeugt. Tja, aufrüsten, das will Brandenburg auch. Zwar von morgen an. Dann gilt nämlich die Rauchmelderpflicht. So ein Feuermelder ist eine gute Sache. Schließlich sterben jedes Jahr deutschlandweit etwa 400 Menschen durch Wohnungsbrand. Dazu kommen tausende Verletzte. Brandenburg ist in Sachen Rauchmelderpflicht unter allen Bundesländern übrigens Nachzügler. Aber immerhin noch schneller als Berlin. Tja, was bedeutet die Pflicht für Sie als Mieter, als Eigentümer? Das klären wir gleich. So und für alle, die jetzt nicht ganz so schnell waren, Rainer Rattloff vom Brandenburger Mieterbund ist. Es gilt jetzt die Rauchmelderpflicht in Brandenburg ab morgen und für wen später. Jetzt haben wir gerade eine Frau gesehen, die war absoluter Fan, die hat sich selbst einen Rauchmelder besorgt. Sie vom Mieterbund, was würden Sie sagen, wie empfehlenswert ist so ein Ding? Es gibt ja für Mieter so knifflige Situationen, wenn ich zum Beispiel Mieter bin und ich habe schon so einen Rauchmelder. Kann der hängen bleiben oder muss jetzt der Wunschrauchmelder meines Vermieters an die Decke? Also nach Neusten... Klingt leicht ungerecht für den Mieter, denn der Vermieter kann ja die Kosten für einen Rauchmelder zumindest zu einem gewissen Prozentsatz umlegen auf den Mieter. Das heißt, wenn ich ein funktionierendes Gerät habe und ich warte das selbst, warum auf den Vermieter hören oder auf den Eigentümer? Also erstes Sone und solche Rauchmelder. Es gilt eine DIN-Norm, bisher installierten duldet. Und Berlin, nur ganz kurz, ab 2017, ne? Genau, das ist erst ab oder bis zum 31.12.2020 eine Übergangsfrist und dann müssen auch die Bestandswohnungen nachgerüstet sein. Wissen wir Bescheid. Das Rauchmelder-Expertengespräch mit Rainer Radloff. Wir haben weitere Neuigkeiten aus Berlin und Brandenburg jetzt. Das ist ja wohl die Spitze. Genau, und zwar die der Parochalkirche in Berlin-Mitte. Der barocke Kirchbau hat nämlich tatsächlich eine neue Spitze bekommen, nach 72 Jahren oben ohne. Bomben hatten im Zweiten Weltkrieg den Kirchturm und das Dach zerstört. Jetzt vieles neu, strahlend schön, aber es war auch ganz schöne Arbeit. Ihr letzter Arbeitstag. Heute, nach all der Zeit. Intendantin Dagmar Reim blickt zurück auf mehr als 13 Jahre beim RBB. 2003, Gründungsintendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, die erste Frau an der Spitze einer ARD-Anstalt. Und eins ist klar, Dagmar Reim haut nicht so schnell um. Auch nicht die deutlich hörbare Erkältung im Bilanzgespräch mit Uli Zelle. Der hatte nämlich einige Fragen. Ich würde sagen, erst mal Erkältung auskurieren. So, wohin am Wochenende, liebe Zuschauer? Wir hätten da einen Biergarten für Sie in der Nähe, ganz in der Nähe der Arena am Ostbahnhof nämlich. Der hat erstens einen Namen, den man sich gut merken kann. Birgit und Bier heißt er. Außerdem ist dort nicht nur Birgit und nicht nur das Bier, das ist auch ein Tanzgarten. Jedenfalls äußerst beliebt. Und wir haben jetzt auch eine ganz besondere Mischung für Sie im Medienmorgen nämlich. Und wir müssen auch nicht mehr warten auf die Wetteraussichten. Hier sind Sie schon. Das war's von uns für heute. Morgen ist dann hier Raiko Thalfürsitta. Und jetzt besucht Jörg Thaddeus wieder den Brandenburger Adel. Heute geht's nach Märkisch-Oderland in der Reihe Preußisch-Blau. Gute Unterhaltung und schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.